als Notreserve mit für ein paar Tiere füttern Kühe Kühe Kühe, kommt mehr 1 2 1 2 Ihr beiden, super Und 1 und 2 Da muss ein Schwein, komm her Eins haben wir noch, das zweite Toll, scheiße, noch ein Ei hin Schon wieder 5 Eier Das werden auf jeden Fall nachher massig Eier Das heißt, viele Federn Und viel Hühnerfleisch zum Essen Das heißt, an Hunger werden wir nie mehr sterben So, Schwein, komm du mit rein Jawohl, jetzt habe ich jedes Tier einmal Wunderhübsch Da wächst doch alles noch So Gleich sofort hier auf die Ecke anfangen Und immer mehr kaputt hauen Denn, denn, jetzt wird das Haus abgerissen Auch, du hast deine Dienste getan Jetzt bist du abgerissen War schön mit hier Aber nun ist die Zeit vorbei Jetzt musst du einen Leihensweg begehen Und musst dich leider zerstören Ja, oh Danke, Haus Das hat die Axt nicht verdient War die Wiki kaputt? Egal 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 So Noch eine Runde Noch eine Runde Noch eine Runde Glas weg Ah, freut mich das, wirklich Dass wir so schnell in den Folgen reingeschafft haben Was wir geschafft haben 20. Folge In der zweiten Staffel Und schon Bauernhaus Und sämtliche Anlagen hier rumliegen Schauen, was uns in den nächsten Folgen dann so erwarten wird Was da noch alles kommen wird Für Gebäude Das heißt, ich werde erst wieder ansammeln mit Monstern spielen Weil Knochen und sowas, Spinnfäden, alles gebrauchen kann Sprengpulver halt Ein bisschen freisprengen und ein bisschen hier rum experimentieren So Natürlich braucht ihr ein Redstone Melonen, da machen wir uns schön auf der Suche Findet sich immer was Was wir immer noch machen können Und wenn uns ganz viel Langeweile aufkommt Dann kommt halt die Hühners Den Hühnerschlachthof Bauen wir den halt nach Und wenn uns ganz viel Langeweile kommt So Jetzt werde ich ganz schnell auch noch ins Bett laufen Was das Beste ist Dann habe ich den Safe-Punkt wieder gespeichert Holz einsammeln Öfen So Auch restige Erde abbauen Und gleich ist die Ebene auffällig Jaha, dann kannst du hier alle im Kreis Und ich habe keinen Platz mehr Macht nix, auch auf und davon In Richtung Wohnhütte So Einmal schlafen Zomni Axt Axt Zomni Axt Zomni So Hier kommt Holz Was wir nicht brauchen Erstmal rein Und Eierschirren Habe ich noch eine Schaufel Jawohl Darum komm Du darfst hier ausnahmsweise mal hier ein bisschen rumlaufen Rumlaufen Direkt mit dem Dreck hier hin Hier würde ich ein Haus an der Wand bauen Oder an den Berg ran Mit dem Weg Das Haus kommt hier dran Dann machen wir erstmal hier vorne nur den Weg Machen wir die vier hier So Oh, der war jetzt so fit Egal Macht hier nix Da Da Hier 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 Das erste Feld ist fertig So Brauche ich erst nicht dafür Erde Noch Manu Jetzt habe ich es aber auch hier Oh, der Woop Finde Sache viel nicht noch mehr gröbel wenn wir wieder gebraucht wird da nicht auch was hat der auch ein schnitt machen können aber nicht für was sich nebenbei zu trinken reinzuschrauben jetzt habe ich gerade im kopf gehört habe ich eigentlich aufgenommen oder nämlich darauf eine super sache wenn man die ganze zeit am machen ist und so hat man eigentlich aufgenommen oder ist man am aufnehmen weil was ich gerade hier sind ja gerade schöne drei stunden glaube ich schon zwei haben wir schon erreicht auf jeden fall das ist auch glaube ich jetzt gerade schon angeschlagen da denkt man sich so das kannst du jetzt nicht wiederholen ich könnte jetzt eigentlich die welt neu starten und das dann nochmal machen aber dann nenne ich halt wieder ein let's fail ist dann auch nicht mein problem so eher gesagt das muss ich ja eigentlich mit klarkommen doch aber nö 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 so und da noch hin aber wenigstens weg nach da und da so dann kann hier eigentlich weg auf jeden fall nach hier kommt weil dann kann ich hier ein bambusfeld anbauen dass es das auch mal hier gibt wir können auch mal hier